Hi, ich bin Nils von der BKK Werra-Meißner. Herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal. Vielleicht habt ihr ja schon mal was von den Gesundheitslotsen vom gesunden Werra-Meißner-Kreis gehört. Die gibt es mittlerweile fast überall im Kreis. Und wir sind hier heute mit der Frau Sieland in der Bonifatius-Apotheke in Wanfried. Und sie möchte sich heute beraten lassen. Ja, genau. Ich habe von der Möglichkeit gehört, dass man sich vom Gesundheitslotsen beraten lassen kann. Und ich möchte das für mich nutzen. Und da ich hier in der Nähe wohne, habe ich mit der Frau Schee einen Termin ausgemacht. Gut, dann geht es auch gleich los und wir begleiten die Frau Sieland. Die Gesundheitslotsen sind speziell vom gesunden Werra-Meißner-Kreis ausgebildete Berater, die bereits im Gesundheitsbereich im Werra-Meißner-Kreis arbeiten. Sie beraten auf Augenhöhe und geben Tipps, die helfen sollen, die Gesundheit zu verbessern. Eine Gesundheitslotsenberatung ist für die Mitglieder des gesunden Werra-Meißner-Kreises kostenfrei. Es sind persönliche Gespräche, aber auch Online- und Telefontermine möglich. Ich bin seit diesem Jahr Gesundheitslotsen beim gesunden Werra-Meißner-Kreis. Ich bin Apothekerin und arbeite in der Bonifatius-Apotheke in Wanfried. Viele Menschen, die zu mir in die Gesundheitslotsenberatung kommen, sind auch Kunden in unserer Apotheke. Es ist eine Freude und eine Herausforderung für mich, gemeinsam mit den Menschen, die sich an mich wenden, herauszufinden, was sie tun können, um sich besser zu fühlen. Unsere Gesundheitslotsen befragen die Patienten im Erstgespräch nach ihrer Krankengeschichte. Dann wird besprochen, wo es Ansätze gibt, die Gesundheit zu verbessern und welche Schritte nötig sind, um das zu erreichen. Im besten Fall bauen die Patienten und die Gesundheitslotsen eine Bindung auf und treffen sich regelmäßig, um die Fortschritte, aber auch die Rückschläge zu besprechen. Es gibt viele Gesundheitsangebote im Werra-Meißner-Kreis, von denen die Patienten noch nichts gehört haben, die ihnen aber helfen können. Teil meiner Aufgabe ist es, gut informiert zu sein und mein Wissen weiterzugeben. Dabei hilft der gesunde Werra-Meißner-Kreis. Es gibt mittlerweile extra eine Suchmaschine, die alle Gesundheitsangebote im Kreis findet und anzeigt, den Digelo. Das ist ziemlich praktisch. Ja, Frau Sieland, jetzt ist Ihr gesundheitslotsengespräch vorbei. Was für ein Gefühl haben Sie denn? Ein gutes. Ich konnte Fragen stellen, die mir so im Kopf herumgeschwört sind. Frau Scheer hat mir Tipps gegeben, die ich nutzen kann und die ich einfach nur umsetzen muss. Außerdem haben wir ein kleines Gesundheitsziel gesetzt und das ist machbar. Das kann man schaffen. Das hört sich gut für Sie an. Das freut mich. Alle Kontakte zu den Gesundheitslotsen findet Ihr unter dem eingeblendeten Link. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir freuen uns, wenn Ihr uns ein Like und ein Abo dalassen würdet.